Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, heute wieder ein Shipment. Ja, und dann werde ich es einfach mal auspacken. Ja, und zwar habe ich es bei Core50 Box Shop bestellt, dieses Mal. Sonst habe ich es die letzten paar Male immer bei Writer's Corner bestellt, aber ich dachte, ich bestelle mal wieder bei Core50 Box Shop. Da mir Writer's Corner echt ein bisschen zu viel getan hat, ich habe zweimal hintereinander bestellt. Die haben zweimal vergessen, was reinzulegen oder überhaupt reinzugeben überhaupt. Deswegen habe ich gedacht, ich bestelle es mal wieder bei Core50 Box Shop. So, bestellt habe ich MTN 94. Und hier eine Clash Dose. Blau. Jeans Blue. Eine MTN 94. Erika. Erika gelb. Ähm, pink. Entschuldigung. Eine. Und hier haben wir Ultraviolett. Ultraviolett. Hat man gerade, glaube ich, nicht richtig gesehen. Erika. Pink. Hier eine. Ein Light Red. Verde Neon. Neon Grün. Auch eine sehr geile Farbe. Dann hier ein Schwarz. Negro. Heißt überhaupt, keine Ahnung. Schwarz halt. Ja. Dann haben wir hier Sticker. Dann hier unten habe ich noch was gestellt. Und zwar sind hier drin hier ein kleines Päckchen, ein kleines Tütchen. Zwei Latex Handschuhe. Schwarze. Einen schwarzen On-The-Run Graphic Twin Marker. In Schwarz. Ja. Und zwei Superskinis. Dann hier unten noch eine MTN Hardcore. Negro. 80, ne, 30 Milliliter. Mit einem Banana Skinny Cap drauf. Wie man hier sieht. Echt geil für Tags. Reicht nicht lange für Tags. Auf jeden Fall. Wollte ich sie unbedingt haben. Dann habe ich sie mir mitbestellt. Ja. Dann gucke ich mal, ob sie noch was drin ist. Ja, hier ist nichts mehr drin. Ja, das war's dann. Das Ganze hat 30 Euro gekostet. Hier nochmal im Schnelldurchlauf. Eine Ultraviolett. Light Red. Hier bleibt ein Erika. Ein Schwarz. Ein Verde Neo. Neongrün. Und eine Clash. Ähm. Jeansblau. Und Latex Handschuhe. Ein Graphic Twin Marker von On-The-Run. Und eine MTN Mikro. Ja, dann zeige ich gerade nochmal am Schluss die Aufkleber, die immer dabei sind. Eine Werbung von Copa Low. Ja, und dann haben wir hier noch Sticker. Einen. Einen On-The-Run Aufkleber. Noch einen On-The-Run Aufkleber von High-Permint Marke. Ich glaube Neonfarben. Ähm. Ja. Einen On-The-Run Aufkleber nochmal. Und ebenfalls nochmal ein On-The-Run Aufkleber. Okay. Und nochmal ein On-The-Run Aufkleber, den ich persönlich richtig geil finde. Hätte ich auch richtig hier, wie ihr schon seht, auf meinen Tisch kleben. Ja, und dann nochmal ein On-The-Run Aufkleber. Den habe ich selber schon, aber der ist auch nicht schlecht zur Werbung. Das Aufkleber ist auch nicht schlecht, ja. Denn hier nochmal ein Aufkleber von Berlin Poesie aus dem Underground. Untergrund, ja. Dann so ein Aufkleber, Cobra Aufkleber. Cobra Low Aufkleber. Tag, mein Name ist Aufkleber. In Türkis. Und dann, wie jedes Mal, die Rechnung dabei. Ja. Das war's dann mit meinem Shipment Video. Ähm. Freut euch auf das nächste Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.